ARD Text im Auftrag von Funk Du kannst mich unmöglich mehr hassen als ich mich selbst Unsere Zuschauer, das ist opportunistisches Pack Die wollen Titten sehen und wissen, wie man Steuern spart Das ist doch schwarz, denn kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren Das hier ist die berühmte Quotenbox, die über alles in diesem Land entscheidet Die Boxen sind über ganz Deutschland verteuert Gewöhnung ist die große Macht auf dieser Erde Man zeigt den Leuten einfach so lange Dreck, bis sie irgendwann nur noch Dreck sehen wollen Und wir, wir drehen den Spieß auf Wie wollt ihr da jetzt vorgehen? Wir tauschen die Boxen aus und machen die Quoten selber Willst du so schnell Leute herkriegen, die tausend Boxen austauschen? Interessant im Job Kennst du dich so mit Computern aus? Wenn sie zeigen mir ein klein bisschen Computer, ich kann Computer machen Das passiert eigentlich, wenn wir alle im Knast landen Ihr könnt jetzt den Leuten, für die ihr nix als Müll seid, mal so richtig im Arsch drehen Was, frage ich mich, muss noch passieren? Damit Deutschland endlich aufwacht! Was, frage ich mich, muss noch gerne machen? Vielen Dank.